Liebe Gemeinde, Christi Himmelfahrt, da hat jeder von uns eine klare Vorstellung, worum es geht. Jesus fuhr auf den Himmel und die Jünger gehen in den Tempel und preisen Gott. So lesen wir es im Evangeliumstext für den Gottesdienst an Himmelfahrt aus Lukas 24. Der Psalm des Tages bringt noch etwas anderes zur Sprache. Psalm 47 sagt, Gott ist König über alle Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron und das Hauptlied singt Jesus Christus herrscht als König. Es geht um Jesus Christus. Er ist der, der den höchsten Thron über dieser Welt bestiegen hat und der zur Rechten Gottes herrscht. Soweit ist das leicht zu verstehen. Aber was hat das für uns, für seine Gemeinde zu bedeuten? Hört zu, was Paulus in seinem Brief an die Epheser im ersten Kapitel die Verse 15 bis 23 schreibt. Nachdem ich nun von der Treue gehört habe, die ihr dem Herrn Jesus bewiesen habt und von der Liebe zu allen Heiligen, höre ich meinerseits nicht auf, für euch zu danken. Wenn ich euch in meinen Gebeten erwähne, bitte ich, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, damit ihr ihn erkennt. Ich bitte, dass er die Augen eurer Herzen erleuchtet, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung er euch beruft, welche herrlichen Reichtümer oder den Heiligen zu erben sind und wie übergroß seine Macht über uns Gläubige ist. Denn es ist jene gewaltige Kraft am Werk, die Gott in dem Messias ausgeübt hat. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Er hat ihn zu seiner Rechten in den Himmeln auf den Thron gesetzt, über jede Regierung und Gewalt, über jede Macht und Herrschaft und jeden verliehenen Titel, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen Zeitalter. Er hat ihm alles unter die Füße gelegt und hat ihn, das Haupt über alles, zum Haupt der Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib, erfüllt von ihm, der alle Dinge vollkommen erfüllt. Gott segne sein Wort an uns. Amen. Paulus dankt für die Gemeinde in Ephesus. Er dankt für die Treue im Glauben und für die Liebe unter den Gemeindegliedern. Das ist ehrlich gesagt nicht gerade viel, was er da zu danken hat, aber er dankt und das ist schon mal ein guter Anfang. Denn wer dankt, der öffnet seine Augen für das Gute. Er sperrt sich dagegen, nur das zu sehen, was sich ändern muss und dabei das Gute, das vorhanden ist, zu vergessen. Vergessen auch wir das nicht. Es ist fast nie alles schlecht. Wie erleben Sie das eigentlich? Wird von Kirchengemeinden und von Kirche gerne Gutes erzählt? Und ich meine gar nicht die Menschen, die von außen auf die Gemeinde schauen, sondern die, die dazu gehören, die da sind. Wie schauen Sie auf Ihre Gemeinde? Was erzählen Sie von Ihrer Gemeinde? Wenn Sie an Ihre Kirchengemeinde denken, dann schauen Sie doch zuerst auf das Gute, auf das, wofür Sie Gott danken können. Wenn ich mir Zeit nehme und darüber nachdenke, dann fällt mir eine ganze Menge Gutes ein. In unserer Gemeinde und in den Gemeinden, die ich hier aus dem Dekanat kenne. So viele nehmen sich Zeit, anderen zu helfen. Und nicht nur den Heiligen, also den anderen Gemeindegliedern, sondern auch denen, die nicht dazugehören, die weit weg wohnen, die einen anderen Glauben haben, die aus fremden Ländern hier eine neue Heimat suchen. Und dann gibt es bei uns viele Junge und Alte, die Jesus treu sind, die in den Gottesdienst kommen und wenn es nur irgend möglich ist, auch in ihren Hauskreis, ihren Chor und ihre Jugendgruppe. Manche bieten Glaubenskurse an, um Glauben zu fördern und mitzuhelfen, dass Menschen die Herrlichkeit unseres Gottes und die Macht von Jesus erfahren. Und es gibt viele, die bei uns arbeiten, in ganz unterschiedlichen Bereichen und Einrichtungen. Und nicht wenige tun es bewusst in der Kraft von Jesus und nach seinem Auftrag der Nächstenliebe. Danken wir Gott für das, was unter uns in unseren Gemeinden geschehen ist und was noch geschehen kann. Danken wir Gott füreinander. Beten wir auch füreinander. Bitten wir um Hoffnung. In diesen Tagen, bei einem Treffen natürlich online, ging es um die Zukunft der Kirche. Der Kirche, die kleiner wird. Es ist unsere Kirche, die kleiner wird, weil ganz offensichtlich weniger Menschen zu ihr gehören werden. Das hat Auswirkungen auf unsere Gemeinden und auch auf unsere Dekanate. Aus einem der Teilnehmer brach die ehrliche Sorge heraus und andere haben das mit ihm geteilt. Es war die Sorge, dass das, was wir besprochen haben, nicht weit genug geht. Unsere Kirchen sind schon leer und sie werden leerer, sagte er. Die Verzweiflung war spürbar. In der Bibel lesen wir selten etwas über die Größe von Gemeinden. Oft kommen die kleinen Gemeinden dann, wenn sie erwähnt werden, gar nicht so schlecht weg. Ja, sie haben wenig Kraft und wenig Möglichkeiten. Aber Gott verspricht ihnen seine Unterstützung und seine Kraft. Hören wir also noch einmal hin. Worum bittet Paulus Gott für die Menschen der Gemeinde in Ephesus. Ich bitte, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, um ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Ich finde, das ist ein gutes Gebet, auch für Christi Himmelfahrt. Wir sollen geistig erkennen, was mit bloßen Augen nicht zu sehen ist. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung, zu der wir als glaubende Gemeinde berufen sind. Wir sollen also nicht für die Zahlen leben, sondern mit der Hoffnung. Worauf richtet sich unsere Hoffnung? Nicht auf uns und auf unsere Möglichkeiten, ja und auch nicht auf unsere Schwächen. Unsere Hoffnung ist der Gott, der in Jesus Christus mächtig handelt. Die Ohnmacht des Kreuzes von Karfreitag wird in der Auferstehung zu einer neuen Kraft, die trotz allen Mächten dieser Welt, dieser Zeit, ja und auch der Zukunft, noch mächtiger ist als alles andere. Wie oft habe ich Sorge vor der Zukunft? Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das, was ich mir da ausmale, bewältigen kann. Da schwindet meine Hoffnung. Da brauche ich unbedingt erleuchtete Augen des Herzens, um die feste Hoffnung zu gewinnen, die sich an Jesus Christus festhält. Mag die Zukunft auch schwer werden, auch dort wird Christus über allem herrschen. Auch dort wird er mich halten und wird bei mir sein. Dafür wollen wir füreinander bitten, dass Christus unsere Hoffnung ist und bleibt. Ja, dass er uns als Gemeinde die Gnade schenkt, dass an uns die Hoffnung sichtbar wird für die Menschen, die jede Hoffnung verloren haben und deren Hoffnungen zerplatzen. Wie gelingt uns das? Können wir das überhaupt schaffen? Haben wir das nicht schon zu oft, zu verzweifelt versucht? Ein Pfarrer schreibt, wie verzweifelt er ist. In seinem Urlaub besucht er einen Freund und erzählt ihm, dass er frustriert ist. Die Gemeindeglieder, für die er sich abrackert, entwickeln sich geistlich nicht so sehr. Und er fragt, was muss ich tun, damit die Mitglieder meiner Gemeinde geistlich wachsen können? Nach einer langen Pause antwortet sein Freund, du musst deinen Tag so ordnen, dass du in deinem Alltag mit Gott vollkommene Zufriedenheit, Freude und Zuversicht erfährst. Nein, sagt der Pfarrer, ich habe nicht nach mir gefragt. Ich fragte, was mit den anderen los ist. Vielleicht sollten sie ein wichtiges Buch lesen oder bestimmte Gebete aus, wenn die Kleine nun sprechen. Ja, ich weiß, sagt der andere. Ich weiß, dass du daran gedacht hast. Aber das brauchen sie nicht so dringend. Das Wichtigste, das du deiner Gemeinde geben kannst, das Wichtigste, das du Gott geben kannst, ist der Mensch, zu dem du unter Gottesleitung werden wirst. Das ist die Hoffnung, die wir in uns tragen, dass Gott uns Glauben schenkt und dass er uns verändern kann. Trotz all der Gewalten, Mächte und Kräfte, die auf uns wirken wollen, die unseren Glauben und unser Leben in ihren Bann und in ihre Bahnen lenken möchten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, standhaft zu sein, da wo es nötig ist und sich zu verändern, wo Gott es mir zeigt. Genau davon schreibt Paulus. Da wechselt er vom ihr zum wir und bezieht sich selbst mit ein. Er sagt, ihr sollt erfahren, wie überschwänglich groß Gottes Kraft an uns ist. Denn es ist eine gewaltige Kraft am Werk, eine Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in den Himmel auf den Thron gesetzt hat. Was kann ich tun? Ich kann die Hoffnung auf Jesus in den Blick nehmen und dann meinen Tag so ordnen, dass ich in meinem Alltag mit Gott vollkommene Zufriedenheit, Freude und Zuversicht erfahre. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Jesus Christus. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020